Gute an, ich bin ja jetzt noch ein paar Ränge. Ja, das ist auch ein paar Ränge. Ich habe mich verstanden, ich habe das noch ein paar Ränge gesetzt. Da schreibe ich euch nicht, nein, das ist ja hier ein Schrei. Ach, das ist ja hier ein Schrei. Ich habe es gemacht. Siehst du denn nicht da schon? Heim. Ja. Ja, und ich habe das noch gemacht. Die warten auf der, glaube ich, auf so einem Distanz, ne? Kann das nicht? So, gleich mal. Guck mal nach rechts. Geht? Ich glaube, die ist nervös. Da müssen wir hier rumfahren. Guck mal, da steht ein Panzer. Da vorne? Ja. Alter, was noch so gut ist. Wir melken, wir gehen vor uns. Hänger rein? Alter, was noch so gut ist. Oh! Oh, noch so ein Panzer-Ding. Ja, ich habe schon gesehen. Ich bin nicht angeschaut. Ach, das ist auch so ein Panzer-Ding. Ja. Wo ist so ein Panzer? Warmen ein bisschen Blicklichen? Dann turnen wir uns. Und? Die von Turken! Was denn tun das? Böbbel? Ja, da ist ja kein Zeug dazu. Da kann man halt auch hoch sein. Den Grenzen. Wir fahren zurück ans Kopfhaus. Das ist bei den Mädels. Was ist denn? Es geht schon. Oh! Geht's los? Bisschen bedeckt. Du bist in der Welt weg? Ja. Alle haben Brühen gekauft. Die haben keine Brühen gekauft. Auch keine Brühen. Die zocken sie weg. Dann packen wir mal hin. Ja, der Tank ist ja auch. Ich will auch das packen. Ich steig aus. So, Action Meso. Jetzt müssen wir die Sonne finden. Da. Ich sehe da nicht viel. Aber unser Lastwagen, hier, unser Truck, yes! Ja, und das ist nur... Kannst du einen Filter reinmachen? Ne, nur Feuer. Fireball. Ich mach mal Pause. Ich habe einen Fluss auf den Pfenn. Ich hab den Pfenn. Ich habe einen Fluss mit dir. Ich habe einen Fluss, auf den Kasten. Ich habe einen Fluss. Ich bin auf den Kasten. Das kann ich auch schon haben. Jetzt hast du das wunderbar Wahnsinn. Lass mich mal hochschauen. Ja, ich erbier's. Ja, ich erbier's. 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 Ich erbier's.